In der Schweiz werden jedes Jahr etwa 50.000 Tonnen Altkleidung gesammelt. Etwa drei Viertel davon, rund 37.000 Tonnen, sammelt TexAid ein. Etwa 65% von den gesammelten Textilien können als Secondhand-Kleider wiedergetragen werden. Für etwa ein Drittel davon gibt es keine optimale Lösung. Sie werden heute downgecycelt. Das heißt, man verarbeitet die Textilien zum Beispiel zu Putzlappen oder zu Reißwolle. Um für diese Qualitäten eine bessere Verwertungslösung zu finden, haben TexAid und die Hochschule Luzern das Projekt TexCycle ins Leben gerufen. In diesem Forschungsprojekt TexCycle haben wir genau auf diesen Aspekt fokussiert, von diesem einen Drittel Altkleider und haben uns überlegt, wie können wir ein hochwertiges Recycling mit diesen Kleidern bewerkstelligen. Im Moment gehen die in die Reisserei, da wird alles geschreddert und das gibt natürlich einen totalen Mix. Wenn die Fasern genug lang sind, können wir gar eine herstellen oder wir können mit den kurzen Fasern in den Bereich Fliessprodukte gehen. Jene Fasern, die man nicht verspinnen kann, kann man trotzdem brauchen für die Herstellung von Fliessstoffen, Non-Walven, wie wir eben sagen. Das kann von der Papierherstellung, vom harten Karton bis zum weichen Akustik-Fliess alles sein. Mit unserem Projekt, dem Thema der Altkleiderrezyklierung, möchten wir gerne dazu einen Beitrag leisten, auch diese Materialien im Bau anwenden zu können. Wir haben uns dann fokussiert auf das Thema der Akustik. Das Thema der Akustik kann in verschiedenen Anwendungsszenarien artikuliert werden, in einer sichtbaren Art von einem Möbel oder ein hängendes Objekt oder eine Platte an der Wand, welche gestalterisch wirksam ist, oder aber auch in der Architektur Materiellen, die unsichtbar sind, als schalldämmende Massnahmen in Boden oder Wand zum Beispiel. Was wir hier erzielen konnten, sind relativ grobe Garne. Unser Ziel für ein Nachfolgeprojekt wäre, demnach ein sehr feines Garne zu kreieren für den Bekleidungssektor. Vor allem auch, weil wir herausgefunden haben, dass eben viel Baumwolle gespendet wird in diesen Altkleidern und man das eigentlich unbedingt verwerten soll. Wenn wir davon ausgehen, dass die Altkleidermenge steigt und die Qualität sinkt, sind wir konfrontiert mit einer grossen Tonnage an Altkleidern und wir streben eigentlich eine materialgerechte Sortierung an und nicht nur eine typologische. Ist das ein T-Shirt? Ist das eine Hose? Unser Anspruch wäre, die Sortierung so zu machen, dass man weiss, das ist alles Baumwolle oder mindestens 80 Prozent Baumwolle drin, damit wir das wirklich deklarieren können in Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020